Erleben Sie mit RTL und Milka das große Gewinnspiel zur Skisprung-Saison 2001-2002. Fübern Sie mit, wenn Martin Schmidt zum neuen Höhenflügen ansetzt. Treffen Sie den Top-Skispringer Martin Schmidt auf einer Weltreise zu den Erfolgsstätten früherer Winterolympiaden im Wert von 30.000 Euro. Oder gewinnen Sie eines von zehn wahren Rossignol-Carving-Ski im limitierten Milka-Design. Beantworten Sie folgende Frage. Welche Auszeichnung erhielt Martin Schmidt bei der DSV-Ski-Gala 2001 zur Saisoneröffnung? Goldener Ski oder Goldener Bär? Rufen Sie an unter 0190 50 50 10. Weitere Infos finden Sie in der TV Movie. Und als Zusatzgewinn ein Winterpaket mit der limitierten Milka-Eis.